Guten Morgen, mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medium & Service GmbH und zeige euch heute die 15. Folge aus meiner 21-Tages-Challenge zu Vitamin Grün und Du, Deine Beste Medizin. Heute geht es darum, dass ich mal wieder einen neuen, klaren Durchblick gewinnen will. Und das geht hier mit dieser Übung an die Fenster, fertig, los. Das ist auch gut für den Körper und mach mit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.